So, jetzt mache ich hier meinen Ablaufschacht. Stimmt, da und da, hast du auch mal geletsplayt, stimmt. Da ist der Tag ziemlich... So eine Riesenfolge, glaube ich, gemacht, ne? Da habe ich einmal eine 20- oder 30-Minuten-Folge gemacht, weil ich es dann doch in einem lassen wollte. Klasse, dass das Wasser so was von abfließen und ersticke dabei. Was ist jetzt los? Achso, das Wasser kühlt mich ja immer so extrem aus. Oh, jetzt wird es aber ganz schön hell hier. Wo ist das Wasser jetzt hin? Ich habe so ein Glück noch eine Fackel. Ach, cool, unter mir. Ja, wie geil, unter mir war was. Ah, das war jetzt aber so gar nicht geplant. Handgranaten werden jetzt angenehm, dann könnte ich hier schön in diesen Schacht reinschmeißen. Glaubst du, die reißen auch die Welt auseinander, die Handgranaten hier? Achso, gibt es Handgranaten? Ja. So, schweig. Also, mollet ein Cocktail auf jeden Fall. Ich hätte schon mollis. Ich habe mollis. Ein mollis-kacktail. Ein mollis-kacktail. Ach, ich bin so mollig. Ich bin so mollig, ich möchte mich gerade schmeißen. Ich zünde mir die Haare an und schmeiße mich voll. Was ist das gerade für ein Fehler? Was für ein Fehler hast du gerade? Hey, da ist gerade so ein Vieh gestackt. So ein blaues Baby, so ein Delfin-Baby. Und ich könnte eben auch in dieser Gestacktheit keinen Schaden anrichten. Es wird jetzt langsam hell. Ich bin schon draußen, also an der Oberfläche. Ich bin jetzt noch nicht weit gelaufen. Ich will... Ja, will ich die überhaupt erledigen? Ich glaube, ich lasse die einfach mal da unten. Wo das Eisen war ich auf jeden Fall ab. Bin jetzt auch gleich wieder. Oh, ich muss es erledigen. Meine Axt hält nicht mehr so extrem lange, glaube ich. Ja, meine ist auch schon gut beschädigt. Also demnächst müsste ich mal eine neue craften. Vielleicht auch mal ein bisschen was Besseres. Ich sehe schon andere Let's Player. Die renne ich mit Diamant-Exten rum und können alles extrem schnell abbauen. Wir haben ja noch unsere Kartoffel-Exte. Ich glaube... Da bist du ja auch extrem tief. Ich glaube wahrscheinlich schon fast an die Lava-Schicht oder so. Ähnlich wie in Minecraft, die es ja wahrscheinlich so bevorzugte Höhen geben. Für was? Für Diamanten? Ja genau, wo der Kram halt irgendwann sichtbar wird. Diamanten und diese wichtigen Erze. Kommst du auch hoch oder bist du noch unten beschäftigt? Komm mal. Ich habe es jetzt erst geschafft, mir praktisch wieder einen Weg hochzubuddeln. Ich habe mir so einen Weg ziemlich tief runter gebuddelt. Und bin dann, weil ich im Wasser drin war. Ich dachte, ich kann ja wieder hochschwimmen. Ist ja kein Problem. Aber nein. Konnte ich nicht. Weil das Wasser plötzlich abgelaufen ist und eine unter mir liegende Höhle. Ich hoffe, das ist der Weg nach oben. Ja, das ist der Weg nach oben. Ich gehe ein Stück weiter nach rechts von meinem Höhleneingang aus. Da bist du ja schon. Let's go! Jetzt haben wir wieder die volle Tageszeit, um hier weiter voranzuschreiten. Kohler. Das ist Kohler. Das ist Kohler. Bam. Geld. Warte auf dich. Diese Rosenbäume wurden da schön. Die sind echt geil aus, ja. Das ist der Koyle. Oh. Schau mal. Was? Das ist ein Dorfbewohner. Töte ihn. Das ist seine Frau. Wir bauen sein Haus ab, während er gerade sind. Flora und Restless. Nicht genug. Stabby. Der hat doch bestimmt gerade auf einer anderen Sprache gefragt, ob wir sein Haus abbauen können, oder? Ich glaube schon, ja. Er hat gemeint, willst du diesen Teppich nicht kaufen oder sowas? Also das heißt, glaube ich, dass wir ein Bier bestellen wollen. Möchtest du diesen... Oh. Jetzt ist er beleidigt und rennt weg. Wohin ist er jetzt eigentlich... Voll... Das würde mich jetzt mal interessieren. Was macht er? Wie ist diese KI beschaffen? Komm, wir studieren mal die KI dieses kleinen Männchens. Ich schieße die KI einfach ab und habe Spaß an meinem Leben. Nein, er fällt in deine Höhle rein. Oh. Er ist klug. Er springt an solchen Stellen. Aber was macht er, wenn ich... Oh. Warte mal. Guck mal. It's a stepby time for me. Ah. Warte mal. Ich will dir doch ein neues Haus bauen. Jetzt warte doch mal kurz. Sperr sie mal ein, die Alt. Dass die mal... Das ist... Oh. Ah. Ist die flink? Ach gut, ach gut. Ist das eine Frasche, du? Warte mal, warte mal. Hopps, spring runter. Schieß mal runter, die Alt. Okay, Achtung. Wo ist mein scheiß Bogen? Ah, hier. Acht Kilometer geflogen. Das ist ziemlich weit, die Alt. Ja, da rein. Ja. Nein. Nein. Scheiße. Sie flüchtet. Ach Gott, ich werde wahnsinnig. Macht mich wahnsinnig, die Frau. So, jetzt. Mach es zu. Zu, zu, zu. Guck mal, da kommt ein Viech. Da kommt ein Viech. Mein Gott, nein. Willst du es schaffen? Nein. Oh. Warte, das Viech ist eingesperrt. Das Viech reagiert nicht auf sie. Guck mal, wie sie Angst hat. Hilfe, Hilfe. 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 I need help. Tja, aber nicht mit uns. Du alte Büchse. Warte, ich werde mal den Entrance hier öffnen und sehen, ob sie das hier als einzigen Ausgang wahrnimmt. Oder ob sie immer noch kreuz und quer hüpft. Oh, wir sind nicht gesprungen jetzt gerade eben. Das war ihre einzige Chance. Siehst du, sie ist... Da merkt man so, da ist die Kai wie in so einer Endlosschleife gerade gefahren. Also, normalerweise müsst ihr ja erkennen, dass das jetzt der einzige Weg nach draußen ist. Aber er springt trotzdem wieder runter in die Gefahr rein. Jetzt stirbt. Oh. Er ist gestorben. Hat er was gedroppt, oder? Hat er was gedroppt? Oh, sie redet. Guck. Ist sie da gedroppt? Ne. Oh, das ist das. Sie stirbt. Oh, ne. Okay, komm, lass uns weitergehen. Die Kai ist nicht gut geschrieben, da. Das ist kein guter Schenny-Ple-Kai, da. Hör mal auf. Oh, hallo. Hallo. Alle beide zerfistet. Unsere Ecke sind enorme. Dann werde ich mal noch Bandage fressen. Ab und zu arbeitet man nicht drauf, dass man irgendwie schon nur noch zwei Balken hat und dann... Schon erst mal im Bobbis. Dann hat man schon den Tod gefressen. Dass die Fücher immer so dumm springen müssen. Oh, hier ist ein bisschen Eisen. Immer schön alles mitnehmen. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. So. Oh, da ist genau das. Copper. Da ist Kacker. Hier ist ein kleiner Teich. Ach genau, vor mir war auch eins. Alter, bin ich blind? Ich bin so eine richtig blinde Kackstelze, glaube ich. Schön ist, wenn wir jetzt nach Hause kommen, haben wir richtig viel für unsere Mineralientruhe. Ja. Dann haben wir auch die nächste Zeit alles Mögliche, was wir zum Crafting brauchen. Guck mal, es fängt jetzt schon die Eiszeit wieder an. Das heißt, wir werden bald umrunden, ne? Den Planeten. Ja, wir sollten eigentlich gleich da sein. Obwohl er erst an der Tempel kommt. Der Tempel von dem... Von den Pennern. The Temple of the Penneries. Aber das hier kommt mir sogar schon bekannt vor. Die Region. Ja, wir sind jetzt gleich da. Guck, hier war... Ah, ne, die Fackeln sind von dir, ne? Die habe ich jetzt gerade gesetzt. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Deswegen wollte ich hier noch ganz kurz einen Blick reinwerfen. Ob hier irgendwas Interessantes ist. Die zum Beispiel... Boah, ist hier viel. Guck mal hier. Was ist da unten? Hier ist ziemlich viel. Da könntest du mir vielleicht beim Abbauern helfen. Jo, guck mal. Musst du noch gerade diesen Flieger her erledigen. Ich habe mal recht. Ich fange hier vorne an. Ja, hier hinten. Boah, das ist ja echt sau viel. Krass. Das ist so viel. Ich gehe nochmal zum Schluss. Nochmal schön was gefunden. Auf jeden Fall nochmal schön abgesahnt hier. Wie sah denn das Silber aus vorhin eigentlich? Ich habe das gar nicht gemerkt, wann das abgebaut worden ist. Hast du das? Ja, ziemlich schneemäßig. Hm. Okay. Also jetzt im Schnee ist es dann doch wahrscheinlich etwas schwieriger zu erkennen, als wenn es dann irgendwo mitten im Stein ist. Dann fällt einem das schon auf. So ein weißer Stein. Es wird uns halt auch schneller kalt, ne? Hm. Oh, guck mal jetzt. Das war's. Aber da oben ist nämlich noch mit. Dann gehen wir mal weiter. Mal schauen. Wahrscheinlich ist es dunkel, wenn wir jetzt hochkommen. Dann habe ich irgendwie das... Den ganz... Ganz dumpfen Gefühl. Ja. Kann gut sein. Ich will jetzt noch das... Diese Pflänze hier mitnehmen. Diese wunderschönen Pflanzen hier. Diese Pflanzen. Diese Pflanzen. So. Das hier noch. So. Dann können wir jetzt wieder viele Verbände stricken. Also. Sag mal was Schöne, so einen Planeten zu umrunden. Sieht man hier. Da ist was. Oh, da oben. Von der Landschaft. Das werde ich mir hier doch nochmal anschauen. Das ist hier oben. Aber die... Die coolsten Dinge sind halt auch wirklich unter der Erde. Wer weiß, an wie viel... Vielleicht sind wir schon an so einer Forschungsstation vorbeigelaufen. Das weiß man halt nie, ne? Was sich unter der Erde alles verbirgt. Ja. Halt auch so immer so dieser Reiz. Was mache ich denn hier? Ich hüpfe hier rum wie so ein Affenkind. Bist du schon draußen? Bin gerade draußen. Ja, ich kämpfe hier gerade gegen so ein Nilpferdenschwein. Nilpferdenschwein. Gürtelt hier. So, jetzt bin ich auch gleich da. Puh. Okay. Kann weiter. Das ist geil, wie die immer hüpfen. Hast du FPS-Probleme oder weiter aufhaben? So wie halt manch andere das auch haben. Nee, gar nicht, gar nicht. Wie viel FPS hast du so im Stichwort? Die ganze Zeit 30. Achso, okay. Das ist nicht schlecht. Das ist ziemlich schlecht, ne? Jetzt nur bad. Also wirklich, ich denke auch, wenn ich FPS auf 60 stellen würde, würde es auch einfach auf 60. Ich habe halt diese eine Ding gemacht, ne? Du hast das Video vielleicht gesehen, wie man diese drei Wege. Und ich habe damals den letzten nur gekannt und habe das gemacht. Und seitdem, also ich hatte da im Spiel ja auch schon Probleme. Da habe ich auch zu dir gemeint, Alter, hier ruckelst du mir die Viecher kamen und so. Ah, da unten. Das ist wahrscheinlich Silber, ne? Genau, genau. Das weiße, ja. Erkennt man dann doch selbst im Schnee ganz gut. Okay, die Höhle hier ist übrigens nichts. Ich habe gesehen, dass man richtig geiles Equipment craften kann, wie zum Beispiel so ein Doppeljump-Boost, wo man sich irgendwie an den Rücken hängt. Wenn man auf I drückt, sieht man ja auch, wir haben jetzt die Klamotten an, es gibt's, Kopfrüstung fehlt uns noch. Wir haben Brust und Hose, haben wir jetzt zwar an, bei Armor, aber bei Back gibt's noch zwei Sachen. Dieses Auge und dieses andere da, was drüber ist. Sieht aus wie so ein Raketen-Boost. Mhm. Ich bin grad in diese Höhle gefallen und habe ein, ein minihaftes Problem. Aber ich hab's schon, konnte es schon lösen. Ich fand ein Problem. Das ist so wie bei, wie heißt diese Seite, wie das in coolen Bildern, mit dem Text immer. Nein, Gag? Nein, Gag. Wo einer irgendwie seinen Kopf in so einen Raketenwerfer reinsteckt, weil der irgendwie kaputt ist und dann, ah, I think I found a problem. Das hat so richtig dumm ausgesehen. Wow, naja, genau so ist das hier. Oh, das geht hier ganz schön tief, das Wässerchen, aber unten ist nichts. Das ist sehr religiös. Das ist sehr religiös. Das ist ein sehr religiöses Spiel hier. Uns erwarten Gott gleiche Begebenheiten in diesem Spiel der Begegnungen. Inventar, da fehlt doch irgendwas. Ach, da war die Fackel, stimmt. Aber eigentlich können wir hier auch wieder gehen. Vor allem der Tag, wir müssen den Tag nutzen. Noch ist es hell. Und grell. Oh, lass uns gleich weiter. Geht nicht. Shit. Ich rieche die Dunkelheit. Sie kommt. Dem, 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 dem. Sie kommen. Ich bin ein Aufschneider, pass bloß auf. Ist das eigentlich aus Holz das Teil? Creepy, kicky. Es sieht so aus, als ob es aus Holz wäre. Nein, es auch so ein bisschen. Holz oder Kupferde? Kupferde. Oh, da, siehst du das Gold da vorne? Ja, Gold, yeah. What's up? Und da war noch ein Ding, so eine Geldkasse, da willst du die haben? Ein Stück hinter mir? Ah ja. Im Gras versteckt. Ich will nicht wissen, wie ich dich schon übersehen habe. Die sieht man nämlich so schlecht. Pixels. So. Gesundheit. Danke, Chef. Ist der schon bekannt hier? Also irgendwie dachte ich, mir kommt es langsam bekannt vor, aber anscheinend auch nicht. Es hört auch die Eiszeit schon wieder auf. Also es geht anscheinend auch nicht so schnell. Vielleicht sind die Planeten auch unterschiedlich groß. Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ein ziemlich fetter hier. Fuck, und ich habe keine Waffe gewählt. Putsching! Oh, die haben sogar Schinke verloren. Schinke getroppt. Guck mal, die haben Fleisch getroppt, obwohl wir mit der Axt draufgehauen haben. Ich dachte, es geht nur mit diesem Jagdmesser, beziehungsweise mit Pfeil und Bogen. Wahrscheinlich ist die Droprate von dem Fleisch einfach bei unseren normalen Schwellern so gering. Aber manchmal geht es doch. Oh, wird es schon dunkel? Fühle ich das richtig an meinem Poppöchen? Ja, ich glaube, ganz langsam geht die Sonne runter. Ich vermute, dass... Es wird mir einfach nur kalt. Naja, es wird dunkel. Ich vermute, dass wir bis zur nächsten Nachtzeit schon zu Hause sind, aber... Aber ich glaube, wir sind jetzt echt gleich zu Hause. Das kommt mir aber hart bekannt vor hier, wirklich. Ja, 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 ja. Er kann nicht, er kann nicht, er kann nicht, er, ja, 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 ja. Ja, 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 du lügst doch. Ja, 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 ja. Jetzt überhaupt nicht nach Hause, oh. Minch, Agreberk, geschachtest Sammel. Oh, die Viecher wie so... Ich fall erstmal in so'n Puffloch rein. Hält mir alle hier. So, jetzt sind wir aber wirklich gleich da. Hier, diese Bohnen habe ich mir natürlich ganz gewollt da hingesetzt. Guck mal da, die zwei. Das ist ein Pärchen, das ist ein Frauenmann. Da hinten, guck mal da hinten. Oh, vor die Truhe. Alter, ich hab das Gefühl, wir sind gleich zu Hause, klar. Wir sind hier in irgendeinem Pixel. Die wollen Pixel von uns haben. Ich glaube, das heißt, dass wir sie töten sollen oder so. Dann können die uns die Puppe schmatzen. Ich guck mal kurz... ... dieses geile Stein-Ding hier ab. Was macht eine Waffe für Schaden? Hier ist nämlich eine mit elf und die einen... Ah, okay, gut. Dann hat sich das erledigt. Ja, bauen wir ihren Scheiß ab hier. Guck mal, das ist in Store. Die einfach zusehen. Weißt du, die wollen das... Ah, man kann bei dem einkaufen bei dem hier, wenn du den mit E antippst. Cool, aber... Aber nur Scheiße. Wir können Alien-Schinken kaufen. Alien-Tentakeln, Chili. Oh, ich hab gerade meinen Shop abgebaut. Darf ich dir irgendwas kaufen? Floron möchte Kunden zu spenden. Und da, wo wir noch mehr machen? Ich hab gerade meinen Shop.